Eingefahrener Zug auf Gleis 12 S46 nach Königs Wusterhausen über Hermannstraße, Neukölln, Schöleweide. Eingefahrener Zug auf Gleis 11 S41, Ringbahn über Schöneberg, Westkreuz, Gesundbrunnen. Gleis 9 Einfahrt REC Warnpurt an der Urlaub über Kompushauptbahnhof im Abschnitt B mit RG 11 nach Heuswerda über Eilenburg in den Abschnitt B, A und B, Abfahrt 15.12. Zug wird in Altenberg an der Äster geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt.